Fit for Future, Fit for Future, Fit for Future, Fit for Future. Was hast du heute mal gefrühstückt? Ich hatte so wenig Zeit, weil ich schnell hierher kommen musste. Normalerweise mache ich mir Müsli mit ganz viel Obst und Joghurt zu Hause. Und heute Morgen habe ich mir einfach nur schnell Nutellabrot geschmiert und eine Brezel gegessen, damit ich schnell hier bin. Fit for Future, Fit for Future, Fit for Future, gesund in die Zukunft.